Wir nehmen so ein ganz normales, oder? Nehmen wir das hier? Ne, wir nehmen so ein normales hier. So mit Steinen und um. Obwohl, ne, das ist kacke. Wir nehmen das hier. So. Feuer. So, Feuer. Essen. Draufhauen. Brutscheln lassen. So, dann können wir den schon mal wieder mitnehmen. Ach, ist das mies, Herr Kinnas. Ist das richtig mies, oder nicht? Da schnetzelte uns das Haus kaputt. Dieser Penner. Penner. Penner, Kinnas, oder nicht? So, Essen. Dankeschön. Schmackofat. So. Lalalalalala. Können wir nicht mitnehmen? Okay, wir brauchen Bäume. Wir brauchen Bäume. Es wird nämlich dunkel. Deswegen, dann. Wie brauchen wir denn? 38 insgesamt? Achso. Dann geht das doch. Alter, hau rein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, der fällt. Okay. Geile Kiste. Und Angriff. Ja. Warte, hier war eine Schildkröte. Und. Hm. Wenig. Okay. Aber wir müssen noch so ein Wasser-Ding uns bauen. Ja. 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 Mal wieder ein neues Baumhaus. Oh, da ist die Schildkröte. Batsch. Tod. Okay. So. Unter freiem Himmel könnten wir uns natürlich Food und Wasser, ne? Da. So ein Ding hier hinsetzen. Swap. Okay. Wir haben natürlich keine Stöcke mehr. Äh. Äh. Wie. Okay. Wie sollte es auch anders sein? Mhm. Okay. Wir werden uns das hier schon vernünftig wieder machen. So. Auch fertig. Perfektomat. Okay. So. So. Da können wir uns gerade sauber machen. Schwupp. Und den nächsten Baum hier wegkloppen. Da. 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 Aber mal gucken, was wir hier so gezimmert kriegen. Das Problem ist einfach, dass diese scheiß Viecher auch nicht so eben mal tot zu machen sind. Sonst hätten wir ja feiten können, aber. Oh. Vor allem in die richtige Richtung, Schätze. Bums. Bums. Dankeschön. Das werden wir sowieso nicht mehr schaffen vor der Nacht. Aber egal. Wir bauen so weit, wie wir kommen. und gucken, dass wir es so viel wie möglich schaffen. Schwupp. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so übel aus, was wir hier so hingebaut haben. Sieht sehr gut aus. So. Zack. Wir werden weiter unser Bestes geben. Da. 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 Oh mein Gott. Ja. Das wird jetzt lustig gleich, wenn die Nacht einbricht. Wir können uns nicht großartig verteidigen. Wir können uns nicht großartig verteidigen. Bum. 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 Boah. Der ist bis hier vorne hingeflogen. So, dann müssen wir diesmal was anders bauen. Also ich werde da diesmal auch keine Steinmauer drum ziehen. Sondern wir werden dann einfach... Wow, das läuft gut hier. War hier nicht noch einer? Ja, da war noch einer. Ich wusste es doch. Hey! Gib mir meinen Baum wieder. So, danke. So, wir sollten vielleicht... Irgendwas bauen noch. Naja, halt die Klappe. So eine Unterkunft. Hier so ein Zeltteil. So, Blätter haben wir auf jeden Fall genug. Nur Stöcke nicht. Hm. Oh mein Gott. Das sieht cool aus hier. Die Aussicht ist echt bombastisch, aber... Ich trau dem Rat nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen gucken, dass wir Stöcke finden. Aber hier im Dunkeln ist er natürlich eine richtig geile Kiste. Wow, ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe hier echt nichts mehr. Alter. Hm. Das sind ganz viele Steine, Kinders. Aber sonst nichts. Wow. Also Steine gibt es hier wie Sand am Meer. Aber sonst auch nichts. Hey, hier gibt es keine Dings. Wie sollen wir denn hier unser Mini-Zelt da fertig kriegen? Wenn es hier keine Dings gibt. Oh scheiße, Dreck. Was gibt es denn sonst noch, was wir bauen könnten? Ja, hier so ein Teil. Sieben Stück. Da machen wir auch wieder sieben Stöcke für. Hier gibt es keine Stöcke. Oh mein Gott. Okay. Gekauft. Ja, vielleicht sollten wir nicht jammern, sondern gucken, dass wir hier unser Haus fertig kriegen. Oh nein. Oh nein. Ich wusste es. Das ist keine gute Idee gewesen. Also Licht sollten wir hier nicht anmachen. Man findet uns sonst im Dunkeln. Und da waren auf jeden Fall wieder die Deppen unterwegs. Das Ding kommt in die Tonne. Ach, verpiss dich, Alter. Okay. Okay. Das ist gruselig hier. Gruselig ist noch untertrieben. Okay, wir werden jetzt erstmal hier ausharren. Und hoffen. Wir machen jetzt auch keinen Krach mal ausnahmsweise, meine ich. Und hoffen, dass hier kein Spacko vorbeikommt. Von hier scheint erstmal nix am Bach zu sein. Nichts Schlimmes zumindest. Mindestens. Wow. Alter Schwede. Was haben wir uns da angetan? So, wir nehmen uns hier die ganzen Kräuter mit. Wir werden jetzt zur Kräuterechse. So, da haben wir wenigstens etwas gefunden. Hier ist auch noch ein Stückli, aber den können wir uns da richtig nicht nehmen. Da geht gar nichts. Alter, hier sind keine Stöcke. Was soll denn der Kack? Okay, Steine können wir schon mal keine mehr mitnehmen. Hö. Jetzt ist die Frage. Wann geht hier das Licht an? Ja, wann geht das Licht an? Ne, wann haben wir hier wieder Schwubbli-Bubbli-Du? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Okay, man sieht zumindest wieder ein bisschen was. Ist hier ein Stock? Stöcke? Okay. So, jetzt probieren wir das gleiche nochmal. Okay, zack. Das sieht ganz gut aus, oder? Okay, wir versuchen es einfach mal nochmal. Vielleicht finden wir ja... Nee, 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 nee. Es hörte sich schon an, als wäre hier jemand hergegangen, ne? Ist jetzt nicht euer Ernst. hier stöcke stöcke da ist sie sie mit ihr okay es ist einfach viel zu dunkel um hier stücke zur kind verdammte kacke ok zwei stück haben wir noch gefunden das bringt uns verdammt weit hier wir brauchen dringend was zu essen wir haben einen riegel wir trinken uns mal ein alkohol dann wird die nacht nicht so kalt wir fehlen einfach ein baum egal wir müssen irgendwas machen mitten in der nacht wird ja scheiß egal scheiß egal wir probieren das einfach wir müssen irgendwas machen und wenn wir sterben sollten dann sterben bei der arbeit okay das haben wir auch so wir haben noch ein paar stücke gekriegt so schauen wir noch mal vier stück viel noch vier stückchen ne scheiße